Moin Leute, herzlich willkommen zum ökonomischen IQ, euer Kanal für Wirtschaft, Finanzen und Erfolg. Wir melden uns heute zurück mit einem Thema, das uns alle beschäftigt, nämlich mit der Marktwirtschaft. Der Titel, welche Marktwirtschaft? Fragezeichen und wir liefern sieben Gründe, warum wir der Auffassung sind, dass wir nicht in einer Marktwirtschaft leben. Und wenn wir das Thema Marktwirtschaft ansprechen, landet man auch immer sehr schnell bei Ludwig Erhard. Er war derjenige, der sich sehr stark für die Marktwirtschaft eingesetzt hat, der auch den Spruch geprägt hat, den Satz, das Zitat geprägt hat. Je freier der Markt, umso sozialer ist er entsprechend auch und er hat auch dafür gesorgt, dass nach dem Krieg hat sich dafür eingesetzt bei den Alliierten, dass die Preise freigegeben werden, dass man eben entsprechend Überschuss- und Knappheitssignale hat. Wir erinnern uns an die Videos, die wir schon gebracht haben zu dem Thema steigende Preise signalisieren Knappheit und das ist dann wiederum, bietet einen Anreiz, es attraktiv zu produzieren, vorausgesetzt die Markteintrittsbarrieren in diesem Markt sind halt relativ niedrig. Und dann landen wir sehr schnell beim Thema Bürokratie und Vorschriften etc. Aber es ist eben wichtig, dass man weiß, wie hoch oder dass die Knappheit des Gutes eben über den Preis signalisiert wird und wenn dann die Produktion ausgeweitet wird, dann fallen die Preise später, wenn eben das Angebot, die Nachfrage wieder dominiert und größer ist und das gleiche im umgekehrten Fall eben auch, wenn ein Preis fällt ohne Ende ins Bodenlose, dann heißt das, das Gute ist weniger knapp und dann wird die Produktion entsprechend zurückgefahren und dann steigen die Preise später dann irgendwann mal wieder, wenn es eben so ist, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot. Ja, Ludwig Erhard, davon haben wir uns heute weit verabschiedet. Wir blicken nach Berlin. Die erste Grafik, Mietendeckel führt zu äußerst unerwünschten Nebeneffekten. Es ist also so, dass der Ökonom Matthias Dolz das untersucht hat. Er ist vom IWO-Institut und er sagt, das sollte man so nicht nochmal einsetzen. Erfunden haben es nicht die rot-grünen, die rot-grüne Regierung in Berlin, sondern die Nationalsozialisten in den 30er Jahren. Es ist klar, wenn man den Preis einfriert, wenn man einen Deckel draufsetzt, dann ist es weniger attraktiv, Wohnraum zu schaffen. Das ist genau der Fall, den ich gerade beschrieben habe. Wenn der Preis eben nicht weiter steigt und es eben dadurch attraktiv ist, Wohnraum zu schaffen, wird es eben dazu kommen, dass keiner Interesse daran hat, dort zu bauen. Das nächste sind die Regulierungen, die Bauschaftvorschriften etc. Alles Punkte, die dazu führen, dass der Wohnraum in Berlin eben dann eher nicht das deckt, was die Nachfrage erfordert. Das nächste Thema, auch noch der erste Punkt ist Preisdeckel, Mietendeckel und eben jetzt die Gaspreisbremse. Das ist das nächste, was man jetzt versucht, auf die Agenda zu heben und umzusetzen. 200 Milliarden soll das angeblich kosten. Hans-Werner Sinn warnt vor den ökonomischen Kollateralschäden und auch da, wenn man den Preis dort einfriert, das ist äußerst problematisch. Und es führt natürlich dazu, dass die Geldmenge wieder ausgedehnt wird, eben durch die höheren Staatsschulden. Das wiederum führt dazu, dass die Menschen später wieder Kaufkraftentwertung haben. Und das ist alles sehr, sehr, ja, das sind eben die ökonomischen Kollateralschäden, von denen hier Hans-Werner Sinn spricht. Ein Artikel in der Wirtschaftswoche. Es wäre viel sinniger, eben den Preisen freien Lauf zu lassen. Das Einzige, was gegen hohe Preise hilft, sind hohe Preise. Und dann ist es eben attraktiv zu produzieren und das Angebot auszuweiten. Man könnte zum Beispiel auch, gerade was das Thema Gas angeht, im Ägäischen Meer liegen Gasvorkommen laut der geologischen Gutachten für 80 Jahre, um die EU auf Basis des heutigen Verbrauchs zu versorgen. Müsste eben mittels diplomatischer Gespräche versuchen, dass Griechenland und die Türkei sich einig werden. Da hätte man in den letzten 15 Jahren sich darum kümmern können, nachdem man auch ausgerufen hat, dass Gas die Brückentechnologie sein soll. Man zog es vor, sich in russische Abhängigkeit zu begeben und jetzt in amerikanische eher nicht gut. Aber unser Thema ist eben, dass die Preise freigegeben werden sollten. Das Gegenteil, diesen Weg geht man jetzt wieder zurück. Und auch da, ja, am Ende der Geldverschlechterung kommen eben Preiskontrollen. Und man nimmt Abkehr von der Verkehrswirtschaft und das sind die Punkte, die wir hier so langsam, aber sicher erleben. Das nächste Thema haben wir schon sehr oft gespielt. Punkt oder Grund Nummer zwei. Die Staatsquote, die Entwicklung der Staatsquote mit der Einführung des Bruchteilreservesystems, wo eben die Banken in der Lage waren, durch Schulden, durch die Kreditvergabe Geld zu schöpfen. Und 1914 stieg in Deutschland die Staatsquote sukzessive an. Wir sehen das hier sehr schön. Waren es vor 1914 10 bis 15 Prozent, so stieg es sukzessive an. Und auch dann interessanterweise, nachdem Erhard sich aus dem Machtzirkel verabschiedet hatte und die sozialliberale Koalition in Deutschland das Ruder übernommen hatte, ging es hier auch in Deutschland Mitte der 60er Jahre steil nach oben. Jetzt sind wir bei über 50 Prozent. Helmut Kohl sprach damals davon, dass er sagte, Sozialismus ist, wenn der Staat über 50 Prozent der Wirtschaft oder der Wirtschaftsleistung eben in Anspruch nimmt. Und da sind wir jetzt, also ist das definitiv Sozialismus nach der Definition Helmut Kohls, nach meiner Definition schon viel eher. Und ja, im Grunde sind wir nicht weit davon entfernt, dass es ähnliche Dimensionen annimmt, wie auf der anderen Seite der Mauer bzw. des Zauns vor 1989. Ja, und der nächste Punkt, der auch im Grunde in die Staatsquote in gewisser Weise fällt, also zur Erklärung auch die Staatsquote, misst eben den Anteil des Staates an der Wirtschaftsleistung. Und wir wissen das bei all der staatlichen Ineffizienz, die jeder beobachten kann, wenn man auf staatliche Projekte blickt. Sie werden alle teurer, sie werden schlechter, sie werden später umgesetzt. Und ja, das Problem ist eben, dass der Staat mit Budgets arbeitet und nicht gewinnorientiert unterwegs ist und also keinen Anreiz hat, Gewinne zu erzielen und eben sehr ineffizient mit den Ressourcen umgeht. Und es kommt dann eben auch zur Verschwendung. Das ist eben auch der Punkt, warum gerade im Sozialismus es zu wahnsinnigen Umweltverschmutzungen, Ressourcenverschwendung kam. Zur Staatsquote hinzurechnen könnte man letzten Endes auch den sogenannten Bürokratieerfüllungsaufwand. Das ist jetzt der Grund Nummer drei, die Bürokratie, die Eintrittsbarrieren auch für Neugründer, die als Unternehmer auf den Plan treten wollen und ihre Produkte anbieten wollen. Viele Startups gründen schon gar nicht mehr in Deutschland, weil es hier so irre kompliziert geworden ist. Und natürlich führt es dann dazu, wenn das so schwierig ist und man sagt, ja, das macht hier keinen Spaß, Unternehmer zu sein, dann gründet man nicht oder gründet woanders, wandert aus. Und dann haben wir hier in Deutschland natürlich weniger Wettbewerb. Schauen wir mal auf die Zahlen. Bürokratieerfüllungsaufwand im Jahr 2020, 2021, schätzungsweise 41 Milliarden Euro. Ist klar, das belastet den Mittelstand und die kleinen Unternehmen deutlich höher. Wenn man überlegt, dass man 10.000 Euro für einen Datenschutzbeauftragten als Beispiel, jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen günstiger, aber wenn man jetzt von 10.000 Euro ausgeht, man produziert 1.000 Produkte im Jahr und ein großes Unternehmen produziert eine Million, dann verteilen sich diese 10.000 natürlich auf wesentlich mehr Güter. Diese Skaleneffekte hat der Mittelstand nicht. Er kann nicht davon profitieren. Und demzufolge leidet er deutlich mehr unter diesen Kosten für den Bürokratieerfüllungsaufwand. Man hat hier drei verschiedene Gesetze auf den Plan gebracht und hat das Bürokratieentlastungsgesetz genannt, 1 bis 3 durchnummeriert. Und das hatte zur Folge, dass 4 Milliarden es teurer wurde seit 2012. Also diese Gesetze haben nichts gebracht. Es ist immer komplizierter, es ist immer schlimmer geworden. Ein Jahresbericht des Normenkontrollrates ist das hier im Übrigen. Ja, Katastrophe. Der nächste Punkt, jetzt ein komplett anderes Thema. Wer ein Tier hat, der hat festgestellt, jetzt im November kommen da höhere Preise auf uns zu. Und das hat nicht damit zu tun, dass jetzt irgendwas knapper geworden ist oder dass man davon ausgeht, dass sich da Vertragspartner darauf geeinigt hätten, dass diese Dienstleistung jetzt teurer ist. Nein, das wird per Verordnung angeordnet und diese Gebührenordnung wird geändert. Also Verordnung ist kein anderer, man könnte es auch, Verordnung ist ein verharmlosender Begriff von Befehl oder Diktat. Also es wird ja einfach vorgegeben. Genauso ist es bei Kostensätzen für Notare, für Rechtsanwälte und so weiter total bescheuert. Man wundert sich darüber, warum es im ländlichen Bereich keine Ärzte gibt. Vollkommen klar, weil die Preise nicht freigegeben sind. Wenn es so wäre, dass man durch den freiwilligen Tauschakt höhere Preise hätte im ländlichen und dann wäre es attraktiv, dass sich Ärzte im ländlichen ansiedeln. Und wenn das immer mehr tun, dann fallen die Preise irgendwann wieder. Wenn man aber hier die Preissignale abschafft, dann ist das problematisch. Es war jetzt auf die Tierärzte gemünzt, aber im Grunde ist es überall das Gleiche. Und wenn man hier diese Gleichmacherei an den Tag legt und das per Verordnung festlegt, dann hat man Planwirtschaft. Das ist einfach so und dann führt es eben dazu, dass die Leute dahin gehen, wo sie eben meinen, hingehen zu wollen. Und sie gehen nicht dahin, wo die Knappheit am größten sind, weil eben die Knappheit signalisiert wird durch Preissignale. Wenn die weg sind, problematisch. Dann gehen eben die Ärzte nicht dorthin, wo diese Dienstleistung knapp ist. Baurecht, das Thema hatten wir schon. Im Grunde der Punkt 5, große Überschrift, Vertragsbeschränkung. Also, dass die Vertragsfreiheit nicht gegeben ist. Normalerweise ist das so, dass die jeweiligen Vertragspartner sich zusammensetzen, einen Vertrag aushandeln oder ihre, das was sie wollen, eben in den Vertrag einarbeiten. Das ist allerdings alles so dermaßen vorgegeben von staatlicher Seite, dass es kompliziert wird. Und ich beziehe mich hier auf das Baurecht. Hier steht die große Überschrift, Baurecht muss entschlackt werden. Auch das führt eben dazu, dass das Angebot an Wohnungen etc. nicht steigt, dass die Leute keine Lust haben, hier zu investieren. Und das bezieht sich nicht nur auf das Bauen, sondern auf alles Mögliche. Wir haben keine wirkliche Vertragsfreiheit. Und besonders heftig ist es eben im Baubereich. Und da ist die Not natürlich recht groß, wie wir schon erfahren haben. Ja, mit meinem Lieblingspunkt. Wir sehen hier die 10-jährige deutsche Staatsanleihe ist das Thema Geld. Der bekannte Ökonom Roland Bader sagte das einmal, wenn wir davon ausgehen, dass wir ein sozialistisches Geldsystem haben, eben durch die Festsetzung eines Zinses oder dass der halt gesteuert wird durch die Zentralbank. Und auf der anderen Seite haben wir ein Schuldgeld, das deckungslos ist und ins Unendliche ausgedehnt wird, pardon für den Versprecher. Dann führt es eben dazu, dass der Blutkreislauf der Marktwirtschaft vergiftet ist. Und dadurch werden natürlich auch die Preissignale in gewisser Weise unterminiert. Wenn wir eine konstante Geldmenge hätten, dann hätten wir entsprechend werthaltige Preissignale. Aber dadurch, dass sie die Geldmenge wahnsinnig ausdehnt, mehr als verdreifacht seit 1999, hier in der Eurozone, verwässert das eben die Preissignale. Und dann ist bei dem Punkt schon das Thema Marktwirtschaft ein Fall für sich und auch das Thema Preissignale. Und hier bei der Staatsanleihe stellen wir fest, die Staatsanleihe wurde vor Juni 2022 eben entsprechend abverkauft. Wir sehen hier einen Kursverlauf von 100 runtergedrückt auf 84. Und dann haben wir hier die große Kurslücke vom 6. Juli auf den 7. Juli, ist das glaube ich, vom Mittwoch auf Donnerstag. Und dort wurde der Preis hochgekauft von knapp 90 auf 104. Das heißt, die Zentralbank hat alle Staatsanleihen aufgekauft auf diesen Preisleveln und dann eröffnete der Preis eben dort oben. Was man dort macht, ist nichts anderes als den Zins zu manipulieren. Je höher der Preis, desto weniger, also je höher der Preis dieser Anleihe, dieser 10-jährigen Staatsanleihe, desto geringer ist die Zinsbelastung Deutschlands. Und das hatten wir schon ausgeführt. Wenn eben die Staatsanleihen oder die Anleihen im Allgemeinen fallen, dann müssen sie korrigiert werden in den Bilanzen derjenigen, die sie in ihren Büchern halten, die sie also gekauft haben. Und das will man natürlich nicht. Deswegen versucht man dort zu intervenieren. Also es ist ein Riesendilemma. Und diese Märkte müssten eben natürlich auch frei sein. Und es sollte auch so sein, dass die Staatsanleihen nicht erst bei den Banken, dann bei den Notenbanken platziert werden, dass dadurch dann neues Geld in Umlauf gebracht wird, sondern es sollte so sein, dass die Staaten ihre Bonität zeigen und dann entsprechend Marktteilnehmer da sind, die bereit sind, Deutschland und anderen Ländern Geld zu leihen. Das findet alles überhaupt nicht mehr statt. Die Staatsfinanzierung findet mittlerweile komplett über die Zentralbank. und das ist natürlich komplett marktfern. Und wenn man so hier die Marktpreise oder die Preise, das ist kein Marktpreis, das ist ein gestalteter Preis der Anleihe, dann ist das klar, das kann keine Marktwirtschaft sein. Ja, ein weiterer Punkt, der total marktfern ist, der auch überhaupt nichts mit Freiheit zu tun hat, ist die Tatsache, dass die Politik sich anmaßt, zu wissen, was die richtige Technologie ist, dass man jetzt verbietet, Verbrenner ab 35 zuzulassen oder zu produzieren. Das sind Dinge, die äußerst skeptisch zu sehen sind, weil dann hört es natürlich auch auf, dass die Industrie überhaupt noch dort forscht in diesen Bereichen. Und ich glaube nicht, dass es so ist, dass die Politiker wissen, was die richtige Technologie ist. Also ich würde mir das nicht zutrauen. Es gibt da ein wunderbares Beispiel aus der Historie in China. Es gab eine riesige Flotte in China damals und der Kaiser hat dann geschaut, was man so importiert hat. Und das waren hauptsächlich irgendwelche Artikel aus Afrika, die man nicht brauchte. Und er hat das dann irgendwie als nutzlos empfunden und hat es dann gestrichen. Und das hat dann dazu geführt, dass China eben keine Flotte mehr hatte. Und dann wissen wir, das hat dann sehr stark auch damit zu tun gehabt, dass Europa eben sich ausdehnen konnte und eben alles Mögliche bereisen konnte und die Kontinente dort dann die Waren importieren konnte. Die Chinesen haben gesagt, nö, wir lassen das jetzt bleiben mit den Schiffen. Und das hat dazu geführt, dass es dort einen wahnsinnigen Niedergang gab. Also wenn ein Führer dort eine falsche Entscheidung trifft, dann kann das extrem heftige Auswirkungen haben. So auch hier. Natürlich hat das auch Auswirkungen auf die Arbeitskräfte in dem Bereich. Es geht einfach darum, dass es komplett fern einer freiheitlichen Kultur ist, wenn eine Obrigkeit irgendetwas in dieser Größenordnung verbietet und vorschreibt. Und das Gleiche gilt auch für das Thema möglichen Verbots einer Gasheizung oder wie auch immer. Es gibt noch keine Anschlusstechnologien. Und wenn jetzt Leute eine Gasheizung haben zu Hause und die ist eben kaputt, ja, was soll man dann schnell machen? Das ist also äußerst schwierig. Man steigt hier aus bewährten Technologien aus, ohne neue zu haben. Gleiches ist passiert schon mit dem Atomausstieg oder dem Ausstieg aus der Kernenergie, auch dem Kohleausstieg. Auch das waren reine populistische Entscheidungen, die per Diktat so festgelegt wurden. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wenn man so etwas macht und sich dazu entschließt, eine Kernenergie oder bestehende Kraftwerke, die Strom produzieren, wenn man die vom Netz nimmt, das vernichtet letzten Endes Anlagevermögen. Das wäre genauso, als wenn ein Spediteur, der 10 Lkw hat, wenn der dann sagt, okay, diese drei, die haue ich jetzt weg. Dann ist es Vernichtung von, in diesem Fall von Volkseigentum oder beziehungsweise von Kapital, was eben entsprechend Energie produziert. Das ist völlig fatal. Wundert mich, dass da kein Aufschrei stattfindet. Ja, das waren die sieben Gründe. Man könnte noch weitere Themen anführen. Die staatliche Rente ist ja nichts anderes als ein Schneeballsystem, das eben davon lebt, dass neue Einzahler kommen. Auch das wird problematisch. Heute sind es 101 Zahler, 60 Rentner. 2030 sollen es laut Schätzungen des DIW 1 zu 1 sein. Das Thema Gesundheit auch staatlich vorgegeben, auch nicht marktwirtschaftlich geregelt. Thema staatliche Bildung auch. Also Mindestlohn, Tarifverträge, das könnte man alles noch anführen. Viele, viele Punkte. Und es ist schon sehr verwunderlich, dass wir den Weg hier so, den Lauf hier so in diese Staatswirtschaft gegangen sind, nachdem man doch gesehen hat, dass der Westteil des Landes sich deutlich besser entwickelt hat, als der Ostteil, also die DDR, Planwirtschaft versus Marktwirtschaft, wobei auch die Bundesrepublik Deutschland natürlich wesentlich marktwirtschaftlicher hätte organisiert sein können. Also ein wesentlich schlankerer Staat. Eigentlich ist die Aufgabe des Staates innere, äußere Sicherheit und vielleicht noch ein Rechtsrahmen, aber ansonsten sollte man sich, wenn es denn überhaupt einen geben muss, das ist auch diskutabel, und natürlich sollte überall Wettbewerb herrschen, in den wichtigsten Märkten, Märkten um die beste Staatsdienstleistung, um das beste Geld, um die Rechtsprechung etc. Und wenn kein Wettbewerb herrscht, dann haben wir eben schlechte Produkte. Und dann führt es auch dazu, dass die Staaten sich natürlich zu Kartellen zusammenschließen und sich dann treffen als G7 und Pipapo und da eben kein Wettbewerb herrscht. Das ist schlecht. Deswegen teilt dieses Video, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass die Menschen sich damit beschäftigen, ob wir denn tatsächlich in einer Marktwirtschaft leben oder nicht. Und was das für Auswirkungen hat, auf die Produktivität etc., das kann man alles ausführen und könnte man noch tiefergehend beleuchten. Dabei wollen wir es heute belassen. Deswegen abonniert den Kanal, läutet die Glocke. Wir danken für eure Treue und bis zum nächsten Mal.